Musik Wir begrüßen euch sehr herzlich hier in Paderborn. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Ungefähr 1506 Klässler sind hier von allen erzbischöflichen Schulen. Jetzt gleich werdet ihr euch begleitet von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf den Weg zum Dom machen, dem Ziel unserer Wallfahrt. Euch allen wünsche ich einen guten Weg an der Pader entlang zu den Quellen. Es soll ein Tag der Freude sein und das wird es mit Sicherheit, wenn ich eure Gesichter sehe. Lasst uns anfangen, machen wir das Beste raus. Ich freue mich, dass ihr da seid. Vor einigen Wochen haben wir euch Postkarten geschickt mit der Bitte, uns eure Kraftquellen zuzuschicken. Ich habe hier eine ganz bunte Karte mit ganz vielen Kraftquellen und ich fand total toll, dass drauf stand, meine Klasse 6c. Und mit den Postkarten hattet ihr ja auch die Möglichkeit, noch Fragen zuzuschicken, die ihr gerne mal dem Erzbischöf stellen möchtet. Was ist eigentlich das schönste Erlebnis in der Kirche oder mit der Kirche, Ihr schönstes Erlebnis? Das ist schwer zu sagen. Also das ist, es gibt so viele, zum Beispiel. Ist diese Stunde jetzt mit euch, dieser Tag heute, für mich etwas, das ist ganz hoch ansässig. Die Zusammenarbeit mit den knapp 1500 Schülern ist das Das habe ich jetzt so von mehreren meiner Kolleginnen und Kollegen gehört und das, was ich auch wahrgenommen habe, sehr gut. Die Schüler sind top motiviert gewesen, haben sich sehr gut auch auf den Gottesdienst eingelassen. Und man hat das ja auch gemerkt, mit welcher Freude der Erzbischof so auf die Schüler gestoßen ist. Und ich glaube, das hat sich ganz gut ergänzt. Vielen Dank.